Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rändern, mit Hochladen, also ganz im Ernst, Leute, ihr unterschätzt das immer. Ihr unterschätzt das immer. So, Leute. Ich kriege einen Anfall. So, jetzt aber. Gut. Magiker. YOLO. Ein geiles Game? Ja, Ragnar sagen viele immer zu mir, weil es quasi der nordische Name oder mein Name im nordischen wäre. Also im norwegischen würde ich Ragnar heißen. Aber wie gesagt, Rainer oder Drache bitte. Also Ragnar definitiv nein. Viele fragen aber keine Antwort. Ja, weil ich am Spielen bin. Falls du es noch nicht gemerkt hast, es ist nicht ganz so einfach. Na, ich denke, wir machen aber auch bloß noch 10 Minuten oder so. Also ich bin ziemlich im Eimer. Und ich denke, ich schaue bloß noch ein bisschen Let's Play weiter. Und das Spiel ist abgeschmiert. Oh, ich kriege einen Anfall. Okay, dann würde ich sagen, wir nutzen an dieser Stelle die Situation aus. Ich wollte ja sowieso bloß noch 10 Minuten machen. Okay, dann werde ich mir jetzt erstmal den Chat kontrollieren. Und alles rauspannen, was hier gerade wieder mein Kindergarten abzieht. Ich spiele ja anspruchsvolle Spiele. Dann hast du hier nichts verloren. Scheint aber sich relativ gut verhalten zu haben, bis jetzt, was ich so sehe. Gut, Leute. Dann nutzen wir jetzt die Chance, wie geht der Tag, dann mal aus. Und ich beende diesen Stream an dieser Stelle mit Schwarzbit. Da können die an Frosch reinpacken. So. Dann hänge ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und bleibt sauber. Tschüss, tschüss. Lieben Hater. Jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davon kommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ey. Ohne Dreck, Alter. Das war's, alter. Das war's, alter. Vielen Dank.